Also es wird weiterhin sowas geben, aber nicht mehr ganz so reißerisch. Es wird etwas seriöser und... Deswegen das Tattoo wahrscheinlich. Ganz genau. Darf ich das mal sehen? Was ist das für ein Tattoo? Das ist ein Pentagramm. Sieht ein bisschen so aus, als wenn es im Klass gestochen wird. Sieht ein bisschen so aus, als wenn es im Klass gestochen wird. Im Klass gestochen, im Klass gestochen, im Klass gestochen, im Klass gestochen. Im Klass gestochen. Im Klass gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Klass gestochen. Oder in zwei Wochen oder drei Wochen. Im Klass gestochen. Im Klass gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Klass gestochen. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Klass gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Klass gestochen. So hört sich das an, so sieht das aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. So hört sich das an, so sieht das aus. Das ist so ein Zufall, das sieht immer so aus. So hört sich das an, so sieht das aus. Habt ihr da Millionen verbraten? Nee, nee, das sieht nur so aus. So hört sich das an, so sieht das aus. So sieht das aus. So hört sich das an, so sieht das aus. Er probiert etwas aus. Natürlich denken wir so ein paar Sachen auch vorher aus. Es sieht auch noch nach Sport aus. Ich wünsch mir ne kleine Mietekatze für mein Wochenendhaus. So sieht das aus. Also macht die Kamera aus. Sag euer erstes Cover nicht auch so aus? Da reift die Freundesliste aus. Licht aus. Der Klassgestoch. Der Klassgestoch. Wer hat von der nationalen Aufnahme gesprochen? Der Klassgestoch. Oder der nächste Woche in drei Wochen. Der Klassgestoch. Der Klassgestoch. Der Klassgestoch. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Der Klassgestoch. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Er hat von der nationalen Aufnahme gesprochen. Dem Klasse gestocht. Dem Klasse gestocht. Er hat von der nationalen Aufnahme gesprochen. Dem Klasse gestocht. Oder in den Verhandlungen oder? Dem Klasse gestocht. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Dem Klasse gestocht. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Im Knast gestochen. Er hat von der nationalen Aufgabe gesprochen. Im Knast gestochen.